Ostern rückt näher und es wird noch kühler. Guten Abend, liebe Zuschauer. Zum Ostereier sammeln brauchen wir auf jeden Fall eine Jacke. Und auch danach sieht es nicht besser aus. Der Temperaturtrend von Halle ist leider für unser gesamtes Land repräsentativ. Erst zum Ende der neuen Woche wird es langsam wärmer. In dieser Nacht gehen die Temperaturen auf um die 6 Grad zurück. Dazu ist es zunächst stark bewölkt und zeitweise regnet es. In der 2. Nachthälfte zieht der Regen dann aber über den Bogenlandkreis ab, sodass es morgens dann meist trocken sein wird. Der Wind lässt vorübergehend auch mal etwas nach. Davor weht er mäßig bis frisch und in Böen. Und schon morgen frischt er noch etwas auf. Starke bis stürmische Böen sind dann möglich, in den hohen Lagen auch Sturmböen. Und so fühlen sich diese 13, 12 Grad dann auch noch kühler an. Die vielen Wolken und gelegentliche Regenschauer tun ihr Übriges, sodass es relativ ungemütlich wird. Am Karfreitag ist es dann etwas freundlicher, also sonniger und es bleibt trocken. Aber bei den Temperaturen tut sich nichts. Und zwar dann auch das gesamte Osterwochenende über. Am Ostersonntag müssen wir uns leider auch immer wieder auf Schauer einstellen. Zum Teil mit Graupel und auch auf einzelne Gewitter. Als Uwe Rieschel das Schloss Gossek fotografierte, hätte der Himmel nicht blauer sein können. Und so hebt sich die mittelalterliche Burg und spätere Klosteranlage von diesem wirklich sehr schön ab. Vielen Dank für Ihr Foto, Herr Rieschel. Und Ihnen, liebe Zuschauer, einen gemütlichen Abend. Tschüss und bis morgen. Vielen Dank.